Verehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute wieder ruhiger, weil die Anlage geht. Dass die SPD in Berlin mitregiert, das geht aus diesem Antrag wohl nicht hervor, weil die großen Töne sind gespuckt worden, nämlich auch vom Scholz. Anfang November, man könnte beantragen bis Mitte November und Ende November wäre das erste Geld da. Wisst man Drogensüchtige, morgen gibt es was, morgen gibt es was. Ihr braucht bloß ein bisschen abwarten. Nehmt doch das Geld, das letzte Geld aus eurem Sparstumpf raus. Bitte haltet durch, dann wird das schon was. Ihr seid Mitschuld, das ist ganz klar. Wir unterstützen ja euren Antrag. Wir unterstützen ja. Die Unternehmen, speziell in Bayern, nicht nur der Mittelstand, auch die Gastro. Ja, stehen also vor einem wahnsinnigen Problem. Das ist ja Berufsverbot, was wir mittlerweile haben. Wir haben eigentlich erwartet, dass wir aus der Soforthilfe des Frühjahres lernen und Erfahrungen ziehen, wie macht man das diesmal. Das Problem ist einfach, die sind so selbst glücklich besoffen davon, diese Äußerungen von sich zu geben. Wir zahlen alles. Und dann verlassen die Leute sich drauf und dann müssen sie dann doch irgendwann mal zumachen. Wir haben letzte Woche ja mehrere konstruktive Vorschläge dazu gemacht, wobei ja wirklich auch, ich sage ja immer wieder, alle machen Vorschläge, um gut dazustehen. Und da nehme ich keine aus. Keine Fraktion nehme ich da aus. Egal, von links bis ganz rechts rüber. Wir wollen gut dastehen. Aber tatsächlich haben wir ein Riesenproblem, dass wir nicht wissen, wo die Sache hinläuft. Wie sollen wir das alles bezahlen? Aber es gibt so ein paar Ankündigungen, zum Beispiel vom Minister Aiwanger, der dann gesagt hat, die Gastronomie-Mischbetriebe werden auch bezahlt. Das hat er gesagt, Pressemitteilungen vom 26.11. im Ministerrat und am 6.12. beim Staatsministerium. Es wird behauptet, Brauereigaststätten sind antragsberechtigt. Hinterher stellt sich heraus, es ist nicht so. Es ist nicht so. Was ist, wenn einer eine Brennerei hat, die hat er als GmbH angemeldet und einen Gasthof als GmbH, dann bekommt er es für die Gasthof-GmbH, aber nicht für die Brauerei natürlich, weil, klar, aber er bekommt es. Hat er es aber unter einem Dach, bekommt er nichts. Das kann nicht richtig sein. Wir werden noch einiges erleben. Ich habe nicht viel mehr Zeit. Ich hoffe, dass wir aus dieser Sache rauskommen. Ich unterstütze natürlich den Antrag der SPD wohlwollend, aber ihr sitzt einfach in Berlin mit am Tisch. Dann haltet eure Leute einfach mal zurück, dass sie nicht immer so viel versprechen, was sie hinterher nicht einhalten können, weil das ist die größte Enttäuschung für die Leute, die draußen vor Ort darauf warten, dass ihnen geholfen wird. Danke. Hallo, Herr Dünn. Bitte können Sie noch am Redner vollbleiben. Rechtzeitig gemeldet hat sich noch der Kollege Halbleib zu einer Zwischenintervention. Bitte schön. Ich entnehme Ihren Beitrag vor allem des Bedauern darüber, dass die FDP aus der Regierungsverantwortung geflüchtet ist. Ich will nur darauf hinweisen, dass der Umfang der Wirtschaftshilfen und auch die Konzeption der Wirtschaftshilfen, auch die Bereitschaft der Wirtschaft zu helfen, dort, wo sie wirklich wehtut. Und vielleicht...